Unternehmen benötigen heute eine Lösung, die eine vollständige Transparenz ihrer Ressourcen ermöglicht, um alle Betriebs- und Lieferkettenabläufe zu optimieren. Ein schnelles, präzises Fulfillment bedeutet höhere Effizienz und Profitabilität. Zebra macht geschäftskritische Informationen sichtbar, um Kunden zu helfen, intelligentere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Ihre Prozesse erhalten eine virtuelle Stimme, damit sie ihre ganze Geschichte erzählen können. So können sie effizienter arbeiten, ihre Leistung erhöhen und gleichzeitig Geld, Zeit und Platz sparen. Zebra verfügt im Bereich der Auto-ID über ein Komplettangebot. Transparenz ist in vielen verschiedenen Branchen und vertikalen Märkten ein absolutes Muss. Im Gesundheitswesen und bei der in den Fokus gerückten Patientensicherheit geht es um den Zugriff auf Daten, um größere Transparenz zu erhalten. Auch im Einzelhandel geht es bei der Verbesserung der Lagerhaltung und Verlustraten wiederum um den Zugriff auf Informationen. Diese Entwicklung ist also nicht auf Fertigung und Lieferketten beschränkt, sondern auch in anderen Bereichen anzutreffen. Durch die effektivere Nutzung von Daten ermöglichen es die innovativen Zebra-Lokalisierungslösungen, ihrem Unternehmen konkrete Objekte und Vorgänge in digitale Daten zu verwandeln, um ihnen eine virtuelle Stimme zu verleihen. Warum setzen sie ihre Reise nicht einfach mit Zebra-Technologies fort?